Bitte beachten Sie für die nächsten zehn bis 14 Tage folgende Punkte. Bitte vermeiden Sie eine rauchige und staubige Umgebung. Bitte vermeiden Sie das Augenreiben. Bitte vermeiden Sie starke körperliche Aktivitäten wie das Fitnesscenter. Bitte vermeiden Sie das Schwimmbad, Spa und Sauna. Für die Damen bitte vermeiden Sie das Make-up und das intensive Eincremen rund um die Lider. Bitte tragen Sie eine Sonnenbrille nach Bedarf, falls die Lichtempfindlichkeit vorhanden ist, natürlich dann intensiver, ansonsten nur bei Bedarf. Vielen Dank.